Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fülle ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Ah, the Western Union coming out. Ah, another mixtape with my fellow man, DJ Goods, back in the building, play book mixtape. Look out for that. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wärst doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst? Und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Wolltest du den? Die Soße! Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, ich mach das. Ne? Oh, nein, nein, da ist Sahne drin. Die ist für dich. Nur auf die Kartoffeln, bitte. Die Soße! Ja? Untertitelung des ZDF, 2020